Hallo, ich bin ein Bobtail. Ich hoffe, das kann man erkennen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich wollte mal hören, wie es bei euch so geht. Bei uns ist alles in Ordnung. Uns geht es gut. Das Wetter war zwar nicht so toll, aber so richtige Kerle, wie wir das sind, die kann das eigentlich nicht erschüttern. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so von Hund zu Hund könnte ich eigentlich mal richtig nette Grüße bestellen. Natürlich auch an Herrchen und Frauchen. Ich hoffe, es kommt an. Bis bald. Tschö. Schöne Schöne